Ich wollte gerade Schiechstaben rauchen. Einfach mal eben den Zug nehmen und dann wiedersehen. Ohne Scheiße, das wäre voll geil. Telekinese ist lang nicht so cool. Aber dann stellst du dir die Frage, wenn du Teleporter zumachst, teleportierst du nur dich oder auch deine Klamotten? Ja, halt, wie vom Goku, ne? Alles, halt. Alles, was du berührst. Ja, super. Da heißt, du kommst dir einfach mal cool nach, legst du die Schiechstaben weg oder was? Ja, quasi, genau. So ungefähr. Das kann natürlich passieren. Alles, was du berührst, ist aber auch schwierig. Das heißt, teleportierst du immer den Boden mit, auf dem du gerade stehst. Ne, 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 alles, was deine Hände, oder die Hände, die dich berührt. Also man muss das schon ein bisschen einschränken. Ja, das heißt, du teleportierst deine Schuhe nicht mit. Und deine Hose auch nicht. Ja, doch, alles, was an deinem Körper ist. Ja, aber das geht halt zum Beispiel mit den Schuhen am Boden. Das heißt, alles, was deine Haut berührt, quasi. Ja, so kann man das so gesehen auch sagen. Ja, wie machst du das, wenn du mit nackten Füßen auf dem Hund stehst? Ja, da muss man das dann, dann teleportier ich die Fliese unter mir halt mit. Okay, und bei so Gussbetonboden? Ja, vor allem, also du stehst mit nackten Füßen auf der A1 oder so. Ja, weil du teleportierst ja nur das, was deine Haut berührt, ne. Wenn du am Strand stehst, dann teleportierst du halt nur noch ein bisschen Sand mit, was du unter die Füße hast. Boah, ich glaube, ich hab mal ein Update oder so. Das ist voll geil, Teleportation ohne Spaß. Null! Wo kommt denn der Baum her? Boah, ich wusste doch, die Seite ist richtig gut gewesen. Das hatten wir schon wieder ein richtig geiles Gesprächsthema. Hast du den Baum hier, äh, wachsen lassen, Dennis? Als Jesus gestorben ist, ist der Baum gewachsen. Das ist ein Zeichen. Es ist der Jesusbaum! Es ist der Jesusbaum! Oh Gott! Das ist nicht der Jesusbaum, der wird nicht feiert werden, hat Gaia da hingesetzt. Hol dich dem Jesusbaum! Wie sollst du nicht vögeln? Und scheiß, wieso ruckelt das denn jetzt auf einmal? Weil er ein Update oder nicht? Weil er ein scheiß Lutscher ist. Also bei mir ruckelt das nicht. Bei mir ist alles so wie vorher. Wieso kann man eigentlich sein, äh, sein Antivirus-Ding nicht einfach ausmachen? Weißt du, Antivir. Ich drück da rechts nicht drauf, da steht nirgendwo beenden oder sowas. Doch, du kannst das deaktivieren machen. Dann wird der trotzdem noch updaten. Jetzt spricht hier gerade alles zusammen. WTF? Was hältst du denn von unsichtbar machen? Was halte ich von was? Unsichtbar machen. Unsichtbar machen ist auch cool. Allerdings, ganz ehrlich... Man muss sich entscheiden immer. Du darfst dir quasi eine Superhelden-Fähigkeit aussuchen. Wobei ich mit Superhelden natürlich auch sowas wie Son Goku jetzt noch mit einbrechen würde. Ja, den kenn ich jetzt aber nicht so gut. Ich weiß nicht, was der alles kann. Ja, Son Goku kann... Moment, dann habe ich auch eine Frage. Eine Superhelden-Fähigkeit, das heißt, äh, wie ist das denn zum Beispiel? Ähm, gelten jetzt nur Comic-Helden oder generell Helden? Ja, alle, ich sag mal alle Figuren, die außergewö... außergewöhnliche nichtmenschliche Fähigkeiten haben. Okay, Fähigkeiten entweder wie Magie. Oder müsste ich mich dann auf eine Fähigkeit machen wie... festlegen wie Feuerball zaubern? Dann müsstest du dich auf eine Fähigkeit wie Feuer... Feuerbälle schmeißen oder so festlegen. Weil ein Magier hat natürlich verschiedene Fähigkeiten, aber bei Magie würde ich natürlich die jeweilige Art der Magie einsetzen. Okay, also ich hätte dann halt nur die eine Fähigkeit. Okay, alles klar. Kannst natürlich auch Spider-Man nehmen und keine Ahnung, anwenden wo... Also die Eigenschaften von Spider-Man. Wobei der ja auch mehrere Fähigkeiten hat. Ja, also müsste ich mich da auch entscheiden. Ja, so gesehen schon. Aber Super-Man auch zwischen Fliegen und... Ja, und irgendwie Super-Megamäßig stark oder so. Also Fliegen ist doch immer das Geilste eigentlich, oder? Also beispielsweise, es gibt ja so... Keine Ahnung, du kannst irgendwie Laser aus deinem Augen schießen oder so draufgekackt, ey. Wenn ich fliegen kann, das ist doch die Königlichste von allem. Ja gut, aber da ist die Frage weder Teleportation oder Fliegen. Ja gut, aber welcher Super-Held kann sich denn teleportieren? Ich hab ja jetzt gesagt, also mit Super-Helden hab ja gerade gesagt. Ja, dann ist Teleportation doch das Genialste. Deinen Körper von A nach B zu bringen in einer Sekunde ist doch, vor allem was Alltag angeht, dann wird man am ehesten benötigt von dieser ganzen Super-Helden-Geschichte. Wobei natürlich... Fliegen im Sinne von Schnellfliegen auch geil ist. Du bist zwar nicht so schnell an den unterschiedlichen Orten, aber du kannst beispielsweise einfach mal nach oben fliegen und die Aussicht genießen, was auch ganz schön cool ist. Ja genau, arschkalt. Ja, das stimmt natürlich. Was natürlich auch geil ist, dass es unsichtbar machen, dann kann ich mich immer... Das Schlafzimmer deiner Mutter schleichen ja, und das Schlafzimmer das Einzige, was einem einfällt, was man machen kann mit Unsichtbarkeit, ist irgendwelche Leute bespannen oder so. Ja, das ist ja so, weißt du, unsichtbar sein, nicht irgendwie hier klauen oder sich mit MR51 schleichen, nein, erstmal spannen gehen. Das Problem ist, wenn du unsichtbar bist, dann ist das aber nicht so, dass du durch Wände gehen kannst. Heißt also, wenn sich deine Mom ins Bad bewegt, muss ich ja hinter ihr durch die Tür schleichen. Das ist natürlich schwierig. Sie darf das ja nicht mitkriegen. Oder ich muss die ganze Zeit schon vorher auf die da warten. Das darf nicht wahr sein, ey. Ist doch so ein Tropfen. Vor allem könnte ich dann auch mit dir unter die Dusche steigen, ohne dass ich was merke. Ein Problem ist, wenn ich unsichtbar bin, dann habe ich natürlich trotzdem so eine Art Materie, ne? Ja genau, das Wasser wird ja von dir abprallen. Was meinst du, wie dumm wir gucken, dass wenn du ins Bad nicht halt nicht kommst und deine Mom bläst der Luft ein oder so. Das wäre sicher auch geil. Vor allen Dingen, weil wir alle nicht mehr zusammen mit unseren Eltern wohnen. Das heißt, das wäre sowieso schon mal komisch, wenn unsere Mutter da nackt wäre und in unserem Bad nicht sind. Wie gerne wäre, wenn wir nicht unsichtbar in deiner Wohnung wären. Ich würde dir die ganze Zeit auf die Eier gehen. Du wusstest nicht, was ablösen. Nein doch, du würdest dich gar nicht so schnell verraten. Du würdest mich nach kurzer Zeit schon lachen. Ne Scheiß, wenn irgendwann sowas immer passiert. Das erste, was ich denke, ist, oh mein Gott, Hardy. Hardy ist unsichtbar. Komm schon, komm schon. Oder ich teleportiere mich. Keine Ahnung. Darf ich nicht wahr sein? Teleportieren ist echt supergeil. Ohne Scheiß. Man könnte sich kurz treffen, High Five geben und dann ist man wieder weg. Weißt du, man... Alles ist möglich. Das ist vollkommen irrelevant. Ich finde, die Zuschauer sollten jetzt mal in die Kommentare schreiben, was für eine Fähigkeit sie gerne hätten. Okay, ich habe noch eine richtig gute Frage. Okay. Und ihr müsst entscheiden. Ja. Und zwar zwischen Say Yes, also sag Ja zu allem, oder sag Nein zu allem. Ich würde mich für Nein entscheiden. Echt? Ja, warum, warum, warum sollte man denn immer nur Ja oder immer nur Nein sagen? Was würde mir das denn für Vorteile bringen? Nein, nein, nein. Aber wenn du dich zwischen den beiden Sachen entscheiden müsstest... Pass auf, der kommt der Mann mit dem Koffer, ja? Wie kennst du den noch? Ach Scheiße, der sagt dir, möchtest du eine Million geschenkt haben? Ja, toll. Wenn ich dann immer Ja sage, dann kommt einer an, dann fragt der... Ja, aber das wird nicht passieren. ...meinen Anuslecken. Ja, dann muss ich auch Ja sagen. Das wird... Also genau, wenn du immer nur Nein sagen musst, oder Ja sagen musst, es wird nicht passieren, dass irgendjemand ganz viel Geld ankommt und dich fragt. Das Einzige, was die Leute machen werden, ist versuchen, dich irgendwie... Keine Ahnung. Die wissen das ja nicht. Ja, aber was ist, wenn du immer Nein sagen müsstest? Keine Ahnung, deine Freundin, mit der du schon voll ewig dann zusammen bist, die fragt dich dann ja... Ja, willst du mit mir zusammen sein? Würdest du sagen Nein? Haha, willst du mit mir zusammen sein? Beziehungsweise, dann müsstest du Ja sagen. Aber an der anderen Stelle, was viel, viel schlimmer ist, beispielsweise die fragt, sollen wir shoppen gehen? Und du musst Ja sagen. Ja, oder die sagt zu dir, Boah, Peter, ich möchte unheimlich gerne... Soll ich dir deinen Jagdarm blasen? Ich möchte mit dir... Hast du nicht Lust auf einen Vierer mit drei anderen Frauen? Mit zwei anderen Frauen? Haha, da kam wieder Mathe zu sehen, die hatte ich kurz durch. Ja, da musstest du sagen Nein. Okay, die Frage scheint zu kontrovers zu sein. Nehmen wir den anderen. Ja, das ist halt echt schwierig. Du hast in beiden Fällen halt unwahrscheinlich große Nachteile. Oh ja. Ja. Okay, Lüge in jeder Lebenssituation sagt immer die Wahrheit. Darf man denn... Inwiefern darf man denn über die... Inwiefern darf man denn über die Lüge entscheiden? Du kannst sagen, was du willst, solange es eine Lüge ist. Ja, dann Lüge. Ja, dann... Ja, dann auf jeden Fall Lüge. Scheiße, ich kann dafür die Wahrheit. Warum soll ich mich für die Wahrheit entscheiden? Ja, halt. Ja, halt. Ja, echt mal. Warum soll ich mich für die Wahrheit entscheiden? Stell dir vor, du hast einen klitzekleinen Penis und die fragt dann halt, du hast bestimmt einen voll großen Schwanz und sagst dann, ne, hab ich nicht. Aber ist doch voll öde. Das sind siehste Situationen. Stell dir mal vor, du hast dich entschieden nur Nein zu sagen. Hast du einen richtig großen Pimmel? Nein. Ja. Stimmt, dann musst du ja lügen. Das ist aber echt schwierig. Aber ich glaube, ich könnte mich bei den Fähigkeiten auch nicht entscheiden. Wobei, wenn du die Lügen entscheiden kannst, dann kannst du doch beispielsweise sagen, ich habe nicht den größten. Weißt du, das heißt aber nicht, dass du einen kleinen hast. Ja, das stimmt wohl. Wobei, ich habe nicht den größten, wäre keine Lüge. Fällt mir gerade ein. Du kannst doch einfach sagen, ich habe den elefantösesten Penis der Welt, ey. Genau. Der elefantösesten ist ja super geil. Du warst ein super Latif, ey. Ich kenne doch eigentlich kein Tier mit einem richtig längeren Lümmel. Ja, ich glaube, Wale haben doch noch einen größeren, oder? Keine Ahnung, Alter. Wale haben doch einen größeren. Wale sind halt generell groß. Das ist natürlich dann schon mal ein gutes Zeichen wahrscheinlich. Das ist ja nicht. Andererseits, ich glaube, so eine Fähigkeit wie Gedankenwesen würde ich jetzt auch nicht nehmen. Ohne Witz hast du schon mal was Frauen Wollen angeguckt? Ey, du wirst voll ungeklig für nur dein Spaß. Ja, stell dir vor, du sitzt mit einer Frotze und mal isst du irgendwie und sagt, Alter, der isst wie ein Schwein oder so. Ja. Oh Gott. Nee, das müsste man echt nicht wissen. Oder du vögelst die Geraden und die stürmt vor sich hin und denkt sich dabei, Alter, ist der Scheiße. Naja, das stimmt, das ist auch ne... Wobei, was haltet ihr von der Fähigkeit in die Zukunft sehen zu können? Finde ich mega fat, würde ich sofort machen, das erst mal angucken würde, wann sterbe ich. Und ich würde auch ehrlich gesagt erst mal die Lottozahlen abchecken. Wann sterbe ist mir gar nicht so wichtig. Ich würde aber auch nicht jedes Mal gewinnen wollen, weil irgendwann fällt es sicherlich auf. Ja, wow, und dann sagt ihr, tut mir leid, er hat mich selber mit dem Lotto beschissen. Das sollen die dir erstmal nachweisen. Vor allen Dingen, das ist wieder so ne total, so ne Sache, die eigentlich gar nicht funktioniert. Weil wenn du beispielsweise guckst, wie du stirbst, dann kannst du das ja theoretisch dagegen vorgehen. Nee, ich glaube, was du siehst, ist ja die Zukunft, in der Zukunft, die du siehst, ist schon impliziert, dass du weißt, was passieren wird. Ja, aber das funktioniert ja nicht. Beispielsweise, wenn du siehst, dass du in nem Auto stirbst, dann kannst du dich ja einfach einschließen. Ja, nee. Aber Moment, dann würdest du nicht sehen, dass du im Auto stirbst. Das sind ja diese kausalen Zeitketten, wie man sie kennt. Wenn du siehst, wie du stirbst, ist das schon quasi mit einberechnet, dass du gesehen hast, wie du stirbst. Das heißt, du würdest dann wahrscheinlich sehen... Ja, Moment, das funktioniert aber nicht. Du kannst doch immer gegen vorgehen. Nee. Das kann nicht funktionieren. Doch, so funktionieren ja die meisten Filme, die auf solchen Zeitketten beruhen. Dass man muss immer davon ausgehen, dass wenn du siehst, dass du, keine Ahnung, von der Treppe fällst und das Genick brichst, dass irgendwie durch irgendwelche Kausalketten passiert, dass du dann am Ende diese Treppe runter gehst oder so. Da kannst du nicht gegen vorgehen. Die Frage ist natürlich auch, wie du die Zukunft siehst, weißt du? Wenn ich jetzt sehe und weiß, wie ich sterbe, dann sehe ich das in der Ego-Perspektive, sehe ich das aus Third-Person-View, weiß ich welcher Tag es ist, weiß ich wie spät es ist oder weiß ich einfach nur, dass ich zum Beispiel die Treppe runterfalle? Ich glaube, das ist so eine Sache, die ich mir gar nicht angucken würde. Ich glaube, das würde mich auch nicht interessieren. Weißt du, dann würde ich die ganze Zeit... Weißt du, wenn du beispielsweise nur siehst, dass ein Auto eine Rolle hat beispielsweise, dann musst du die ganze Zeit irgendwie von Autos weghalten, weil du das irgendwie... Ja, eben. Ne, eben nicht! Du musst dich ja nicht eben von Autos weghalten. Ja, aber ich glaube, ob du das siehst oder nicht, ich glaube, die Einsicht macht dich nicht in irgendeiner Weise glücklicher oder bereichert dein Leben. Ich glaube, eher das Gegenteil ist der Fall. Und dann weißt du, wie lange du noch genießen hast. Ja, ist doch egal. Wenn ich in die Zukunft sehen könnte, dann würde ich sowieso jeden Tag genießen ohne Ende, als Wettmann letzter wäre. Ja, auf jeden Fall erstmal Lotto zahlen. Ja, erstmal darf Geld kein Problem mehr sein. Und dann kannst du loslegen. Bis dir dann irgendwann langweilig wird und dann wirst du crazy und dann kannst du eh verrecken. Was hältst du von der Fähigkeit, wie König Mie das alles, was er anfasst, wird zu Gold? Ja, das ist natürlich richtig schwierig. Weißt du, stell dir mal vor, du kannst in deinem Leben nie mehr Brüste in die Hand nehmen. Ja, weil die sofort zu Gold werden. Ja, dann ist doch mal... Ne, das geht gar nicht. Außerdem kriege ich Gold auch noch nicht mal das schönste Material. Ne, Brüste sind schöneres Material. Ja, das stimmt. Okay, ich hätte jetzt eher gesagt, so menschliche Haut und sowas, ich hätte die Brüste nicht das Material abgestempelt, aber okay. Ja, das zählt ja dazu. Ah ne, komm, ich glaube, Teleportation ist schon eine ziemlich geile Fähigkeit. Ja, weißt du, du hast da quasi keine Nachteile durch online, sondern nur Vorteile. Auf der anderen Seite, du könntest mit der Teleportation auch quasi so umgehen, als wenn du unsichtbar wärst. Weißt du, du schleichst dich in das Zimmer von deiner Mutter, ja? Ist jetzt aber immer so schönes Beispiel, ja? Dump and really lucky. Ja, aber dann nehme ich lieber smart and lucky. Ne, so dumm muss man das noch sein. Wieso? Du hast die Auswahl zwischen dumm und dumm und dumm. Ja, ich weiß, deswegen hab ich gesagt, das sind die beiden besseren Eigenschaften. Ich will mich da ja gar nicht zustimmen scheinen. Ja, dump and unlucky. Ja, dump and unlucky. Wieso? Du willst doch definitiv dumm und lucky nehmen, weil bei dir wird sich nichts ändern, außer du wirst, naja, du hast mehr Glück. Fuck. Das ist auch cool. Du hast die Ability to teleport or to time travel. Ähm, oh. Zeitreisen? Aber Zeitreisen ist auch geil. Weißt du, der Problem ist, bei Zeitreisen denk ich mir, okay, stell dir vor, ich könnte in die Fangerheit reisen. Kann ich dann überhaupt die Zukunft verändern oder ist quasi die Zukunft, die ich sehe, schon davon ausgegangen, dass ich irgendwann in der Zeit zurückreise, um die zu verändern? Ne, ich glaube, die ist schon passiert. Das musst du dir so ein bisschen wie bei Harry Potter vorstellen. Habt ihr die Filme gesehen? Oder habt ihr die Bücher gelesen? Ja, wo die da in die Zeit zurückreisen, aber du darfst da im eigenen ich ja nicht begegnen, weil das sonst irgendwie so ein Zeit- krass-Kontinuum-Riss irgendwie da... Vor allen Dingen auch eine ganz wichtige Frage ist, wenn du dich für Teleportation entscheidest, alterst du trotzdem ganz normal weiter? Bei Teleportation? Äh, ne, ne, ich meine bei Zeitreisen, sorry. Ja, ich würde dafür mal sagen, du legst dich einfach auf eine andere Zeitreise. Du machst dich immer so ein bisschen Abgang. Ja, voll.